ALLES KLAAR Ok Oooooooh Alleeeis klaaaAA aaaaaaalles klaaaaa klaaaaa aaaaaaaalles Das sind meine beiden Charaktere von der PS3, alles klar, alter, was haben sie mit dem gemacht, alter, alter, alter. Was sind denn hier passiert, alter, alter. Warte, ist es schon aus der, ooooh, das ist der, ah ja, ein bisschen dunkelhaltige Fälle, Alter, was ist mit mir? Ich seh so alt aus! Alter! Ich hab Angst! Ja, ganz groß an der... Was? Alter, was kann man da alles einstellen? Ja! Alles klar... Haha, das sieht immer hässlich aus! Alter... Als ob man wohl ein Traum machen kann, ha, wie geil. Ich glaube, ich nehme aber wieder. Alla. Das ist nur so ein... Ausschlag. Man kann schlagen! Damit ist er! Alter! 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 What the fuck! Alter! Tiger, was ist... Nee. Alter! Nee. Alter, was ist... Oha! Alter! What the fuck ist das?! Ah! Nice! Alter, wieso kann man sowas einstellen im scheiß Spiel? Nee. WTF?! Das geht nur um die Haut! Augenbrau! Make-up! Alles klar! WTF?! Make-up! Alles klar! WTF?! 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 Du sind alle zweiں lähmer? Also! Alter! Du scheiß uns rein! machen. Rötung? Was ist das, Alter? Das geht ja erst vor keinem Spiel mehr. Oh, die haben gedreht? Geil! Alter, what the fuck? Geil. So richtig BAM! Alter, du hast einfach jeden verschissenen Pixel vom Gesicht erkannt. Hey, du kannst das... Alter, was ist das? Man müsste sich eigentlich mal überlegen, so einen richtig hässlichen Charakter zu machen. Aber nein. Okay, wir sehen uns, wenn wir uns beigetreten sind. Jetzt kriegen wir ein paar Trophäen, weil wir schon ein bisschen gespielt haben. Wir spawnen in unserem Haus. Das ist unser Haus. Kleiner Ganova. Jetzt gleich kriegen wir noch ein Trophäe. Schon geil, weil wir ja schon alles gemacht haben, weißt du? Auf der alten Trend. Alter, was ist der Spaß? Also das sind jetzt unsere momentanen Autos. Zwei Freunde. Kenne ich nicht. Okay. Alles klar. Schauen wir mal ins Internet. Das ist interessant. Bennys Motorsport. Alles klar. Team Deathmatch. Okay. Bennys Original Motorsport. Das sind die Fahrzeuge, die man da kaufen kann. Da aber bei einem Update draus kommt, werde ich mir jetzt erstmal wahrscheinlich keine Fahrzeuge kaufen. Alter! Okay, wo ist das? Äh... Ah, ist Gott sei trotzdem Geld. Das ist ja geil. Okay, jetzt ist es interessant. Also, der ist neu. 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 Der ist der. Der. Den könnte ich mir theoretisch kaufen. Ich hab sogar eine Million. Das ist cool. Die sind neu. Die sind neu. Die sind neu. Die sind neu. Der gibt's noch in der alten Version. Alles klar. Guckt euch mal an, wie viel Sportwagen gibt. Und weil kommen wir jetzt so. Hier bei Warschau kann man jetzt den Liberator kaufen. Sonderangebot. Das Ding da. Das Ding da. Das Ding da hab ich ja sogar. Sonderangebot. Für die Hälfte. Alles klar. Fahrräder. Es ist keins Neues dazugekommen. Das Ding da. 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 Ja gut, ich glaub, da sind jetzt nicht so viele neue dazugekommen. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ja, wie gesagt, kommt ja bald ein cooles Update in zwei Tagen. Das werden wir uns natürlich. Da werden wir uns natürlich Autos kaufen. Jetzt will ich erst mal was gucken, denn ich hab da sowas gehört oder auch gesehen. Alter, das sieht geiler aus als Alter. Viel geiler. So. Jetzt bin ich gespannt, ob das geht. Wenn ja, wer ist der Baro. Und jeder will sagen, wie geht das? Also man kann sich jetzt die Augenbrauen aufschneiden lassen. Da macht man natürlich nichts. Gesichtsbemalung. Sieht jetzt auch viel echter aus. Alles klar. Als ob man sich die Brust... Alles klar. Alles klar. Ja, aber wir haben ja keine Brust, deswegen brauchen wir das nicht. Ja, ich bin zufrieden mit meiner Füße-Berte. Alles klar. Ja, so klein. Und man kann die Farbe auch ändern. Ja, eigentlich kann man Kontaktlinsen. Genau. Hier zum Beispiel hier richtig grüne. Hier so welche. Hier so welche. Alles klar. Noch mehr Trophäe. Hier. Hier so dunkel. Besessen. Dämon. Infiziert. Weil da gibt es schon einen Geiler. Jetzt bin ich am Überlegen. Das sieht ja geil aus. Das sieht ja geil aus. Scheiße. Rute Auge. Oh shit. Okay. Das war Spaß. Oh shit. Oh shit. Noch mehr Trophäen oder so. Alter. Guck dir das an. Alles klar. Trophäe, 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 Trophäe. Noch eine Trophäe. Noch mehr Trophäen. Alles klar. Nein. Rote Auge. Da denke ich mir. Noch mehr Trophäen. Alles klar. Geil. Trophäe, 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 Trophäe. Alter. Aber seht ihr. Aus dem Grund. Keiner schickt eine gescheite Anfrage. von Rennen, Maps, etc. Jeder spielt nur irgendwie für sich. Alter. Rote Auge. Geil. So. Bäh. Einen Namen gemacht. Du hast eine neue Trophäe verdient. Noch mehr Hälte. Halt doch mal auf. Noch eine. Raus aus dem Flieger. Hier ist es auch nun mal. Guck, guck, guck. Alter, wie viele Trophäen. Hier guck, guck mal, guck mal. Noch eine Trophäe. Mit meinen roten Augen. Oh. Er sieht mir die roten Augen nicht mehr. Aber, Digga. Jeder fragt sich ja, wie geht das? Was? Wir haben ja neue Waffen. Also, wir haben hier eine Maschete. Okay. Okay. Ein Hammer. Gekauft. Eine Taschenlampe. Gekauft. Schlitzermodus. Schlagrinne. Können wir. Oh. Wie geil. Alter. Was nehmen wir da? Verschiedene Messer gibt es jetzt auch. Als ob. Schnapp. Meine Leidmeisterung. Alles klar. Was ist hier? Fallschirmrauch. Okay. Die ist neu. Großes Magazin. Ja, ich gebe jetzt dafür ein Traumelmagazin. Schnapp. Schön rot. Haben wir ja schon. Okay. Ich schnapp. Ich ziehe das ja eigentlich immer mit der. Dann nehmen wir natürlich auch die. Geil. So wenig Waffen zu neu dazu gekommen? Und hier ist es ein... Wenn ich jetzt hier die Waffe auswähle... Oh, scheiße, wie geil! Das sind jetzt meine Bilder. Ah, okay, das ist eine Füße, wie geil. Nein, hier regnen wir wohl. Das ist das Bestie gegen Schlitzer. Okay. Damit würde ich sagen... Alter, wie geil! Oh, scheiße. Was ist das jetzt? Irgendwas kommt Auto-Play. Genau! Fast-Life, Fast-Life-Everything. Fast-Life, Fast-Life-Everything. Fast-Life, Fast-Life, Fast-Life. Eigentlich ist ja Digga, wenn das neue Update... Ey Digga, das habe ich gerade eben vorhin erst gespielt. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Wurde ich rausgeschmissen. Willst du mich verarschen? Nur weil ich so aussehe! Jeder mobbt mich wegen meinen Augen. Dafür muss ich jetzt jemanden umbringen. Dafür muss ich jetzt jemanden umbringen. Da vorne ist so ein Opfer. Was ich umbringen muss. Oh, yeah! Verbellen, ihr werdet ein einziges. Junge, nur weil ich so Augen habe und solchen Körper habe, heißt das nicht, ich bin ein Modder. Alter, das sieht so krank aus. Alter, das sieht so krank aus. Alter, so einfach rote Augen. Hahaha! Ich fühle mich jetzt auch krank. Jeder mobbt mich, weißt du? Ich muss zum Zombie werden. Weil... Ich habe einfach nur rote Augen. Und keinen... keinen richtigen Körper. Putsch, 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 Putsch. Dafür kann ich nichts. Okay? Ich wurde so geboren. Okay, eigentlich nicht. Ich habe mich auch operieren lassen, damit ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich wollte es. Und ich dachte nicht. Bis ich so gespielt habe, dass ich dich gar nicht... Ich dachte nicht, dass es... so schlimm ist. Oh, Sparky ist in der Sitzung. Nice. Moppen. Jeder mobbt mich nur. Alter, wie stehe. Halt, fertig mal. Okay, ich bin mit mir an eins. Habt fun! Ich hab noch was vergessen. Outro. So. Ich hab noch was ajuda. Ich hab noch das nicht... Ah, dasiste vielleicht nicht. Wie sieht mir aus, wie ich michじläuge fürрев murder. Bis zum nächsten Mal.